Seismometer und Geophone messen seismische Wellen und sind empfindlich für Signale unterschiedlicher Stärke und Herkunft. Erdbeben, die Gebäude einstürzen lassen, Mikroseismizität, wie sie im Bergbau oder der Erdgasförderung entstehen kann, sowie Signale aktiver, menschengemachter Quellen wie Viproseißanregungen oder Sprengungen im Rahmen der Explorationsseismik. Je nach Einsatzgebiet werden unterschiedliche Seismometer und Geophone verwendet. Sie unterscheiden sich in dem Frequenzbereich, für den sie empfindlich sind und auch in ihrer Größe. Während Seismometer früher mehrere Kubikmeter Raum benötigten, sind moderne Seismometer deutlich kompakter. Geophone, die zur Exploration von Erdöl und Erdgas zu Tausenden in einer Messung eingesetzt werden, sind klein wie eine Hand und sehr robust. Trotz dieser Unterschiede sind die technischen und physikalischen Grundlagen der Instrumente identisch. Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle Ihnen in diesem Video die Funktionsweise und Eigenschaften moderner Seismometer und Geophone vor. Sie lernen den Einfluss der Eigenfrequenz und der Dämpfung eines Seismometers kennen. Anhand eines Vorfüllinstruments zeige ich Ihnen die wichtigsten Bauteile und wie damit die Bodenbewegung der Erde in Seismogrammen gemessen werden. Dabei zeige ich Ihnen anschaulich, wie die Schwingungseigenschaften des Instruments seine frequenzabhängige Empfindlichkeit bestimmen. Was misst ein Seismometer eigentlich? Die Bewegung des Bodens. Aber was genau ist damit gemeint? Diese Bewegung kann auf drei verschiedene Arten beschrieben werden. Zum einen als Bodenverschiebung, also der Betrag der Hebung und des Absenkens. Das wird gemessen in Einheiten der Distanz. Man kann dieselbe Bewegung aber auch als Bodengeschwindigkeit ausdrücken. Wie schnell hebt und senkt sich der Boden? Das ist die erste zeitliche Ableitung der Bodenverschiebung. Für viele Anwendungen der Erdbebensicherheit ist die dritte Form von Bedeutung, die Messung der Bodenbeschleunigung, die zweite zeitliche Ableitung. Wie die Messung dieser Beschreibungsformen von der Bauart der Instrumente abhängt, zeige ich Ihnen jetzt. Eine Bewegung des Bodens bewegt alles mit, was auf ihm steht. Es gibt also zunächst keinen Bezugspunkt für eine Messung. Diesen findet man durch die Verwendung des Träghaltsprinzips. Im Gehäuse eines Vertikalseismometers ist dazu eine Masse an einer Feder aufgehängt. Beim Durchgang einer seismischen Welle bewegt sich das Gehäuse, wenn die Masse zunächst in Ruhe verharrt. Sie sehen das an diesem Gummiband hier, an dem eine Masse befestigt ist. Meine Hand stellt das Gehäuse dar. Bewegt sich meine Hand, bleibt die träge Masse zunächst kurz in Ruhe, bevor sie der Handbewegung folgt. Dieses kurzzeitige Verharren ist die erste Auslenkung der Masse und soll groß sein, damit auch kleine Bodenbewegungen registriert werden können. Dazu muss die Rückstellkraft des Gummis bzw. der Feder klein sein. Das erreicht man durch eine Astasierung. Das ist die Reduzierung der Rückstellkraft durch eine geeignete Geometrie der Aufhängung. Allerdings muss die Rückstellkraft aber endlich groß bleiben, damit das Pendel eine leichte, stabile Ruhelage hat. Die träge Masse bildet zusammen mit der Rückstellkraft ein schwingungsfähiges System, also einen harmonischen Oszillator. Einmal angeregt, bewegt sich die Masse am Gummiband ungefähr 1,4 Mal pro Sekunde auf und ab. Das ist die Eigenfrequenz des Oszillators. Sie ist die Frequenz, mit der die ungedämpfte Masse nach einer transienten Anregung schwingt. Allerdings schwingt die Masse lange nach, ohne dass sich der Boden bewegt. Das ist natürlich nicht gewollt. Damit die Bewegung schnell zur Ruhe kommt und weitere Anregungen registriert werden können, wird die Schwingung gedämpft. Um für den Gummibandvergleich die Dämpfung zu erhöhen, kann ich die Masse zum Beispiel in einem Glas mit Öl schwingen lassen. Dadurch verkleinert sich die Anzahl der Nachschwingungen. Ich zeige Ihnen die Auswirkungen starker und schwacher Dämpfung, also mit und ohne Öl, hier in einem Diagramm. Dazu trage ich die Auslenkung der Trägenmasse Z im Verhältnis zur anregenden Bodenauslenkung U auf gegen die Frequenz der Schwingung F relativ zu ihrer Eigenfrequenz F0. Diese Kurve hier zeigt den Fall einer schwachen Dämpfung. Entspricht die Anregungsfrequenz, also der Eigenfrequenz, resultieren sehr große Auslenkungen. Für eine starke Dämpfung bleibt die Massenauslenkung bei niedrigen Frequenzen sehr klein. Für starke und schwache Dämpfungen gilt, die Massenauslenkung nähert sich für hohe Frequenzen der Amplitude der Bodenauslenkung, also dem Verhältnis von 1. Im Diagramm sehen Sie, dass es für mittlere Dämpfungen, man spricht auch von kritischer Dämpfung, einen sogenannten Durchlassbereich gibt, in dem der Kurvenverlauf des Seismometers die Bodenbewegung direkt nachbildet. Das heißt, für Frequenzen größere Eigenfrequenz gilt, dass das Auslenkungssignal proportional zur Bodenverschiebung ist. Mit dem schwach gedämpften Gummiband simuliere ich zunächst die Anregung mit der Eigenfrequenz. Die Auslenkung der Masse wird sehr groß. Jetzt rege ich mit einer Frequenz größere Eigenfrequenz des Systems an. Sie sehen, die träge Masse bleibt fast ganz in Ruhe. Das Verhältnis von Auslenkung der trägen Masse zur anregenden Auslenkung ist also gleich 1. Die relative Auslenkung der Masse zeigt also direkt meine Handbewegung an. Für ganz tieffrequente Anregungen kann man rechnerisch zeigen, dass es einen weiteren Durchlassbereich gibt. Für Frequenzen kleiner der Eigenfrequenz ist das Auslenkungssignal proportional zur Bodenbeschleunigung. Das sehen Sie hier im Diagramm für Frequenzen unterhalb der Eigenfrequenz. Rege ich die Masse am Gummiband also mit Frequenzen deutlich kleiner der Eigenfrequenz an, entspricht die Größe der Auslenkung der Beschleunigung meiner Hand. Solche mechanische Schwingungssystem ist vereinfacht gesprochen in jedem Vertikalseismometer vorhanden. Das Gummiband ist allerdings typischerweise durch eine Feder ersetzt, die im Gegensatz zum Gummiband eine lineare Kraftdehnungsbeziehung hat. Das sehen Sie hier an einem Vertikalseismometer, das zu Demonstrationszwecken eine durchsichtige Seitenwand hat. Die Blattfeder sehen Sie hier im hinteren Teil als liegendes U. An ihr ist die träge Masse als bläulicher Quader angebracht. Die Eigenfrequenz des Systems ist etwa 2,5 Hertz. Die Aufzeichnung der Bewegung geschieht heute elektronisch. Vorne am Hebelarm sehen Sie eine gewickelte Tauchspule aus Kupferdraht, die von einem sogenannten Topfmagneten umgeben ist. Wenn die Spule schwingt, wird eine elektrische Spannung induziert, die über die Anschlüsse hier gemessen werden kann. Das wird als elektrodynamischer Messwertwandler bezeichnet. Er wandelt die Auslenkung der Masse in eine induzierte Spannung um. Weil diese Spannung proportional zur Geschwindigkeit der Spulenbewegung ist, bieten elektromagnetische Seismometer in ihrem Durchlassbereich, oberhalb der Eigenfrequenz die Bodengeschwindigkeit ab. Ich versetze jetzt den Untergrund mit meiner Hand in Bewegung. Sie sehen, wie die träge Masse zu schwingen beginnt. Auf dem Display wird nun die Variation der induzierten Spannung und damit der vertikalen Bodengeschwindigkeit mit der Zeit angezeigt, egal welche Bodenbewegung die Schwingung anregt. Solche elektrodynamischen Messwertwandler werden in der Seismik auch in Geophonen verwendet, die sehr robust sind und in großer Zahl bei der Exploration von Bodenschätzen eingesetzt werden. Um unterschiedliche Wellentypen messen zu können, kombiniert man in sogenannten Drei-Komponenten-Seismometern drei Schwingungssysteme. Zwei für die beiden horizontalen und eine für die vertikale Raumrichtung. Moderne Breitbandseismometer sind viel aufwendiger herzustellen als unsere Anschauungsbeispiele. Sie sind sensitiv für seismische Wellen über einen breiten Frequenzbereich von einigen Milliherz bis einige Hertz und können Amplituden über sieben Größenordnungen hinweg messen, also Bodengeschwindigkeiten von einigen Nanometern pro Sekunde bis zu einigen Zentimetern pro Sekunde. Dafür müssten die Rückstellkräfte weiter verringert werden, um ausreichend große Auslenkungen der trägen Masse zu erreichen. Um diese trotzdem stabil zu halten, wird ein sogenanntes Feedbacksystem verwendet. Es misst nicht die Bewegung der Masse, sondern die Kraft, die nötig ist, um es in seiner Ruheposition zu halten. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, dass die verschiedenen Seismometer und Geophon-Typen nach demselben Prinzip funktionieren. Dabei beeinflussen unterschiedliche Schwingungsfrequenzen die Messung seismischer Wellen. Für Frequenzen oberhalb der Eigenfrequenz bildet die Auslenkung der trägen Masse die Bodenverschiebung nach. Für Frequenzen unterhalb der Eigenfrequenz die der Bodenbeschleunigung. Die Dämpfung eines Seismometers sorgt hingegen dafür, dass es nach einer Anregung nicht beliebig lange weiter schwingt. Sie haben gesehen, dass ein einfacher Seismometer aus wenigen essentiellen Bauteilen besteht. Breitbandige Seismometer sind wesentlich komplizierter konstruiert, erlauben aber die empfindliche Messung über ein breites Frequenzspektrum und einen großen Amplitudenbereich. Damit ist es möglich, schadenswirksame Starkbeben sowie für Menschen nicht spürbare Mikroseismetität zu messen. Die Dämpfung des Dämpfung des Dämpfung des Dämpfung des Dämpfungs 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 des Dämpf